Das Transfersystem TS5 von Bosch Rexroth. Maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen. Mit der neuesten Generation des Rollenfördersystem TS5 bieten wir Ihnen einen sicheren Transport, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Dank der robusten Konstruktion ermöglicht das TS5 ein Lastenspektrum jenseits der 400 kg und kann branchenübergreifend eingesetzt werden. Von der Projektierung Ihrer Gesamtapplikation über die Modifikation von Standardkomponenten bis hin zu Lösungen für den Längs- und Quertransport lässt sich das TS5 ganz nach Ihrem Wunsch gestalten. Mit dem Transfersystem TS5 profitieren Sie von größtmöglicher Variabilität und bedarfsgerechten Lösungen, die in allen Standardgrößen verfügbar sind. Das auf hohe Lasten ausgelegte Rollenfördersystem verfügt über eine exakte Positioniergenauigkeit. TS5 erlaubt Layout-Realisierungen auf engstem Raum und arbeitet dabei dank des Königswellenantriebs wartungsarm und leise im Betrieb, so wie Sie es von uns erwarten dürfen. Die Anbindung an Industrie 4.0 fähige Produkte wie dem werkergeführten Arbeitsplatzsystem, Active Assist, ist jederzeit möglich. Modifizierte Werkstückträger ermöglichen den Transport von Produkten in Überlänge. Durch mobile Schwenkeinheiten orientiert sich TS5 an Ihren Produktionsabläufen und ermöglicht temporäre Zugänge. Mit unserem Planungstool MT-Pro unterstützen wir Sie nachhaltig bei der Realisierung beliebiger Layouts von Anfang an und vereinfachen die Projektierung durch automatisierte Bestelllisten, Verlinkungen zum Produktkatalog und zu Montageanleitungen. Einfaches Austauschen von einzelnen Baugruppen ist dank des flexiblen, modularen Baukastensystems problemlos realisierbar. Entdecken Sie das neue Rollenfördersystem TS5 und profitieren Sie von maximaler Transportflexibilität. Transfersystem TS5 von Bosch Rexroth. Modular, zuverlässig, effizient.